Caro, Kimi, danke dir für dieses mega geile Finale, danke schön! Und mir ist ganz egal, was du studierst, ob du Herzchirurg oder Lehrer bist, doch mir ist nicht egal, ob du dich amüsierst, es tut uns scheinbar weh, ich hoffe, du weißt ganz. Ihr war nicht geil, ich hoffe, du weißt ganz. Frieda Kühlein, das war die Wunderland-Komedi 2016! Jetzt rufen wir eine aus für die kleinsten Kästler des Sektors! Das war bei euch Johnny Armstrong, Faisal Kamuzi, das dunkle Pack und Menschen verfliehen! Und auch ein Riesenapplaus für die heißeste Lesben-Sektor, Tati! Die Kühlein, das war Helder! Die Kühlein, das war Helder! Die Kühlein, das war Helder!